Haben Sie versucht, Gewicht zu verlieren, indem Sie die Menge an Lebensmitteln, die Sie essen, reduziert haben? Fühlen Sie sich am Ende hungrig und unzufrieden? Wenn ja, dann sind Sie nicht allein. Viele Menschen werfen das Handtuch, wenn sie abnehmen wollen, weil sie sich beraubt und hungrig fühlen, wenn sie weniger essen. Aber es gibt einen anderen Weg, was ist, wenn ich Ihnen über eine natürliche Ergänzung, die in der Lage, Hunger fiel neben der Bekämpfung der Hauptursachen für die Gewichtszunahme zu reduzieren ist erzählt. Es hat das Leben von Tausenden von Menschen auf der ganzen Welt verändert, diese Menschen geschafft, das Idealgewicht zu erreichen, ohne zu hungern oder tun sehr eingeschränkte Diäten. Diese Ergänzung heißt Icaria Lean Belly Juice und es ist nur auf der offiziellen Website verkauft, habe ich die offizielle Website-Link in der Beschreibung dieses Videos, um Ihnen zu helfen. Icaria Lean Belly Juice ist eine fortschrittliche Superfood-Formel aus erstklassigen natürlichen Zutaten hergestellt. Er behandelt die Fettleibigkeit an ihren Wurzeln, indem er den Darm reinigt, die Verdauung beschleunigt und alle Stoffwechselaktivitäten ankurbelt. Icaria Lean Belly Juice enthält natürliche Inhaltsstoffe wie Rübenwurzel, Hibiskus, Erdbeerextrakt, Heidelbeerpulver und viele andere, die eine komplette Stoffwechselumstellung ermöglichen. Laut der offiziellen Website verändert er die Art und Weise, wie der Körper Fettschichten ansammelt, und drängt ihn dazu, all dieses zusätzliche Fett ohne zusätzlichen Aufwand zu verlieren. Der erste Effekt, den Sie spüren, wenn Sie Icaria Lean Belly Juice einnehmen, ist, dass Ihr Appetit nachlässt, was es leichter macht, Gewicht zu verlieren. Dieses leistungsstarke Nahrungsergänzungsmittel schwemmt Ceramide aus und erneuert Ihren Körper von innen heraus, sodass Sie hartnäckiges Fett leicht abbauen können. Es wurde entwickelt, um auf die Fettansammlung, die entzündungshemmende Wirkung, die Appetitkontrolle und den Heißhunger einzuwirken. Darüber hinaus kann Icaria Lean Belly Juice auch Cholesterin, Bluthochdruck und Zucker kontrollieren. Diese Fettverbrennungsergänzung ist extrem leistungsfähig und effektiv beim Abbau von Fett, sodass Sie innerhalb eines Monats mit Ergebnissen rechnen können. Es ist ein einfaches und leicht zu befolgendes Produkt, weshalb dieses Nahrungsergänzungsmittel heutzutage im Trend liegt. Es hat es bereits auf die Liste der meistverkauften Nahrungsergänzungsmittel zur Gewichtsabnahme im Jahr 2022 geschafft. Icaria Lean Belly Juice wird in einem Glas mit 30 Dosen geliefert. Die tägliche Dosis beträgt nur einen Messlöffel, der in ein gesundes Getränk Ihrer Wahl gemischt wird. Ein weiterer wichtiger Tipp ist, wenn Sie sich entscheiden, diese Ergänzung für die Gewichtsabnahme zu verwenden, nehmen Sie die Behandlung ernst und verwenden Sie sie jeden Tag nach den Angaben des Herstellers, auf diese Weise werden Sie großartige Ergebnisse haben und das Bauchfett ein für allemal beseitigen. Laut der offiziellen Website, Icaria Lean Belly Juice tut Wunder für Sie in nur einer ungefähren Zeit von einem Monat. Also, wenn Sie kaufen oder mehr über diese Ergänzung wissen wollen, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung dieses Videos. Ich hoffe wirklich, dass dieses Video Ihnen geholfen hat, wenn Sie irgendwelche Fragen haben, lassen Sie sie in den Kommentaren und teilen Sie dieses Video mit dem Freund, der das hartnäckige Bauchfett beseitigen will.